Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen. Freiheit! 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 Wir sind das Feuer! Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu geben. Wir wollen über! Wir wollen über! Freiheit! Freiheit! Hier war ich mal Bürgermeister. In der Zeit des Kalten Krieges hat die ganze Welt hierher geblickt. Und von ganzem Herzen haben sich alle Völker mit uns darüber gefreut, als aus dem Brandenburger Tor ein Tor der Freiheit und der Begegnung wurde. Leipzig ist eine der ältesten deutschen Universitätsstädte. Die Stadt, die Goethe liebte und die er mit Auerbachs Keller für immer in die Weltliteratur einführte. Die Stadt Johann Sebastian Bachs. Die Stadt der Internationalität. Die Stadt der Sportler. Die Stadt der Messen. Und die Stadt, die 1989 überall in der Welt gehört wurde, als ihre Bürgerinnen und Bürger nach Freiheit riefen. Die Stadt des Neuanfangs, des Aufbruchs und der Zuversicht mit aktiven, kreativen, fröhlichen Menschen. Das war die Stadt von der Weltsteig ist ein. Das war die Stadt, die hier in der Weltverschannende Zeitung ist. Architektur spielt für die Olympischen Spiele eine wichtige Rolle. Wir haben mit einem internationalen Team ein Stadion entworfen, das aus Modulen besteht. Diese Idee ist einzigartig für ein Stadion. Somit können wir es in Teile zerlegen und in Einheiten von je 10.000 Sitzplätzen von Ort zu Ort transportieren. Leipzig 2012, spiele mit uns. Das Stadion ist die Stadion. Vielen Dank. Musik Musik Leipzig 2012, spiele mit uns! Musik Olympische Spiele sind eigentlich das schönste Ereignis und würde mich besonders freuen, wenn die Spiele nach Leipzig kommen würden. Weil nämlich dann alle, die in der Region sein werden, die die Stadt besuchen werden, die Olympischen Spiele besuchen werden, einfach wunderschöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Musik Leipzig 2012, spiele mit uns! Musik 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 Ich laufe viel. Ich spiele wahnsinnig gern Tischtennis und Dirigenten müssen ja sportlich sein. Natürlich ist Leipzig eine Stadt in der Olympia eine sehr schöne Heimat finden würde. Die Lebendigkeit und die Teilnahme am Sport in Leipzig ist eigentlich täglich dokumentierbar. Hier spiele ich etwas Besonderes. Musik 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 Machen Sie sich überhaupt keine Sorgen, wir werden den Prozess auf jeden Fall gewinnen. Musik 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 Eins! Eins! Wenn ich ehrlich bin, das hat auch wieder kein Problem. Das sind kleine Bilder, oder? Moment. Ah ja, ist schön. Und das ist nur die eine... Hallo? Wo? ... 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